Hallo meine Weile zu einer Folge Master Builders hier auf MeinPlex wir müssen ein Truck bauen und ich habe gesagt auch keinen Plan wie ich das machen werde hier ist mal standardmäßig aus Wolle Glas wäre vielleicht noch sinnvoll ist du schon so einen genauen Vorschlag ach genau äh apropos das ist natürlich hier nicht alleine sondern zusammen mit dem Herrn um die Katzen und zwar KT der war nicht aber gut um ja ich hab schon mal ne Idee das ne Idee das schon mal gut schon mal gut sind keine Idee das keine gute also grobe Vorstellung und natürlich auch um ich bin es haut aber nicht so wirklich hin mir meine Idee ich probiere trotzdem denn muss seine Idee lieben so zack so okay das wird das aussehen wie scheiße aber ist mir jetzt einfach richtig hart egal ja man sieht relativ groß sein denn man sieht relativ hässlich sein wie was oder wie das aussieht sie liebt also mein Zettel groß sein und ein Zettel weil die Mainz ist auch nicht mehr groß jetzt sieht die richtig hässlich aus ich glaube das kann man nicht mal als Quark betiteln das kann man als Quark betiteln aber nicht als Truck das Blut das ist doch klar wenn es aus sieht die sie wirklich nach allem aus aber nicht nach dem Truck wenn sie mit anderes meint dann sorry guck ich mal dass die seine Anleger sehr und dynamisch aber hässlich um ich mach das mal so das sieht irgendwie ein bisschen besser aus um Türen was war ich denn für Türen an den Truck rein was den Eisentüren so halbwegs realistisch es ist ganz doch mal realistisch so ja dann mal das muss man noch länger machen das dachte ich mir fast da ist das mir gerade aufgefallen ist das habe ich schon mal gemacht als ich das gespielt habe ich verwechsel immer Truck mit Traktor hä denn was gibt es denn zu verwechseln Truck ist LKW und Traktor ist Traktor ich weiß ich weiß aber ich denke irgendwie immer wenn ich Truck liest dann ich denke ich direkt an ähm Truck dabei ich weiß so scheiße bin ich jetzt auch nicht in Englisch das ähm 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 ich will Gott sagen eigentlich bist du nicht so schlecht in Englisch warum weißt du das jetzt nicht das ist mir jetzt ganz sehr verwirrt mit dieser Aussage wie du merkst zumindest merken solltest ähm noch eine Minute, das habe ich niemals, mein Plan geht niemals auf niemals geht der wenigstens zu das ist egal wie ich gelacht habe, der war einfach nicht ich lache immer wenn der nicht ist, weißt du ich lache immer wenn Witze nicht sind wie gesagt, deswegen lasst du den immer bei dir ne schlagfertig ist er, das muss man lassen also außerdem, wir haben es ca. 2 Minuten noch wie bitte? wir haben ja immer ca. 2 Minuten, wenn der noch anzeigt, vor 1 Minute das habe ich verstanden, ich sagte wie bitte, weil es vorbei ist mit ca. 2 Minuten ähm falls du es nicht gemerkt haben solltest so jetzt komm schon das muss jetzt noch drin sein ich will wenigstens, wenigstens, wenn ich verkacke, dann will ich gründlich verkacken ich will wenigstens probiert haben wenn ich verkack soll, wenn dann richtig verkacken Alter, noch 30 Sekunden, komm das ist noch alles drin, Junge es ist nichts mehr drin, aber egal ist alles schon draußen nicht so da kann mir echt mal jemand sagen, was im Moment bei mir ist ist einfach echt so neun Sekunden 5 5 4 3 2 1 nein ich bin nicht mehr zu den Knöpfen gekommen und da ist ein Loch drin ok ich ähm ja das das ist auf jeden Fall meins it's ok wir sagen uns wenn es uns äh wenn wir sagen uns nicht wenn es uns doch ist nein so ich war ich hab auch gesagt das ist auf jeden Fall meins ich hab gedacht dass du das ironisch offest äh sorry das ist ein Lieferwagen kein LKW vor allem diese Räder es ist meh es ist nicht meh, es ist mein eiser bleeding meinst du darfst nur in die Luft gehen, Alter der so come on nix come on was ist das denn für ein Monster Truck okay äh Monster Truck ist auch ein Truck insofern ist es ne ist ok weil Monster Truck ist ein Truck aber er ist nicht fertig also nur meh ich sitz auch gerne auf schwemmenden Stühlen ne will die einfach alle in die Luft fliegen Alter der ist wunderbar, Alter der ist deiner? äh ne ne ok krieg mir ein meh ich wette es ist deiner wow einfach fängt jetzt auf iso an es war ein Mail bekommen er war nicht gut gebaut aber es war halt einfach kein Truck der ist es gut der ist schon der kriegt hier schon der krieg ich nicht gut der ist der ist nice sowas in der Art wollte ich halt bauen aber ich wollte halt so mit Auflieger bauen und ich hab aber nicht so schön hinbekommen wie der es gemacht hat wird das schon nice eigentlich das habe ich mir jetzt auf dem Weg der nicht gewinnt an euch äh was bitte ist das was erledigt ist das das ist echt so das ist nichts da gehst du gar schon hier runter ins Wasser das ist einfach echt so Junge das ist einfach echt so Junge wie der einfach Zucker will oder heißt äh ich gebe immer erst mal immer eiser bleeding und dann guck ich ja das ist auch äh ein Stuhl mit Motor ach so soll der sein hä ich check nicht ganz wie rum dieses Teil gehört ich weiß nur dass es hässlich ist doch so rum ja 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 hier stehe aber trotzdem hässlich was ist denn das für ein Quadratkasten ähm äh wäre die Aufgabe hässlich gewesen dann hätte er jetzt noch auch Sinn bekommen ohne Scheiß weil der ist einfach explodiert was für ich lache wenn jeder irgendwer gewinnt der einfach gar nicht gewinnen hätte sollen ach was ich glaube ich kenne den Gewinner das ist definitiv dieser äh dieser mit dem coolen wenn der nicht gewonnen hat lache ich ich hab gewonnen was der andere war viel besser als meiner der letzte okay ähm dann wir sagen haut rein wenn ihr auch so Lack haben wollt wie ich dann geht dem Video ein Daumen nach oben oder nicht oder auch nicht genau aber auf jeden Fall auch Spaß bei dem was hier heute noch tut oder morgen je nachdem wenn ihr das Video guckt und drei Tagen bei der Oma und möglich macht es mit sein